Ich bin Theo Stolzki, bin 28 Jahre alt, bin im Bereich Industrial Automation als Trainee tätig und dort im Team für Digital Transformation Consulting und Software Sales. An meiner Arbeit bei Schneider Electric gefällt mir am meisten, dass man am Puls der Zeit arbeitet. Das heißt, dass einen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung immer begleiten und vor allem auch in den Projekten beim Kunden. Den Teamgeist bei Schneider Electric würde ich offen, vielfältig und kreativ beschreiben, weil zum einen, was meine Erfahrung immer wieder ist, dass man, auch wenn man jung ist und noch unerfahren in einem bestimmten Bereich, dass man trotzdem große Verantwortung übernehmen kann und auch soll. Was Schneider Electric für mich besonders macht, ist die Entwicklungsmöglichkeit, die man hat. Man kann wirklich überall hin, wo man hin möchte. Es kann halt eine Weile dauern, aber wenn man wirklich dahin möchte, dann setzt Schneider Electric auch alles daran ein, einen dahin zu bringen. Das Arbeiten für mich bei Schneider Electric besonders und deswegen arbeite ich gern bei Schneider Electric. EIN-E-Groß 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 EIN-E-Groß